Servus und hallo und damit seid herzlich willkommen hier wieder zur zweiten Folge von Minecraft 1.13 Seed Vorstellungen und dann würde ich sagen nach dem Intro geht's los. Ja, wir haben ja das letzte Mal wieder aufgehört, wo wir vom Brotsteinfarmen zurückgekommen sind, aber ich denke mal, wir werden heute keine Brotsteinprobleme haben, denn wir gehen ja meinen. Nein, übrigens, by the way, nicht wundern, ich habe heute mal einen anderen, etwas anderen Skin und einen etwas anderen Shader auch drin, man sieht es vielleicht, und zwar ist das der wunderbare Sildos Vibrant Shaders in der Extreme Variante. Ähm, ich hätte noch den Enhanced Default, den kann ich kurz mal zeigen, er ist für etwas leistungsschwächere PCs, sag ich mal, weil man sieht es, es ist halt sehr an das Default Shader angepasst, mit ein paar Shadern und den ein oder anderen Effekt auf jeden Fall. Sag mal, ist es dein bester Freund oder warst du das scharf? Das arme Schaf, ich erlöse dich gleich. Oh Gott, richtiger, ich mieser. Ah, das ist der Kartograf, okay. Das heißt, wir nehmen uns jetzt, also wir schnappen uns jetzt unseren Sildos Vibrant Shaders. Ähm, ja, was braucht man denn noch, sozusagen? Ähm, wir haben Holz. Für mich alles, was man so braucht. Oh, aber ich weiß, was ich vergessen habe, umzustellen. Meine Render Distance auf 8 zu stellen. Sorry, aber wo professionell? Ich weiß, weil, ähm, für die Aufnahmen muss ich leider aktuell noch, ähm, ähm, ja, die Render Distance auf 8 setzen, weil normalerweise, äh, hat man vielleicht auch gesehen, spiele ich mit, äh, Render Distance auf 15. Und, ja, das heißt, wir gehen jetzt erstmal einen Meilen, oh, wir sollten uns davor vielleicht Fackeln machen. Aber ich denke mal, ja, so viele werden reichen für eine Höhleninspektion. Es ist Infektionsspaß. Ähm, so, wir müssen uns aber noch dringendst einen Sild craften, bevor wir runtergehen in die Höhle. Das heißt, wir nehmen uns hier wieder die Sticks und, ähm, craften uns ein Schild, liebe Leute. Äh, nein. Oh, fuck. Ähm, wir brauchen Eisen. By the way noch, das habe ich vergessen im letzten Video zu sagen. Falls ihr jetzt hier sowas habt, ganz viele Blöcke auf einmal, dann macht ihr einen Doppelklick mit der linken Maustaste und dann zieht es alle Blöcke, ähm, auch aus dem Inventar zu einem, ähm, ja, es zieht halt alles einfach her. Das heißt, hätten wir jetzt hier drei Eisen verteilt, doppelklicken wir einfach und dann haben wir das hier, ja. So, soviel dazu. Das heißt, ganz wichtig, macht die Inventaranordnung auch am besten so, wie ich sie habe. Ähm, das kann da ruhig stehen bleiben, so. Und zwar den, ähm, Schild hier auf den dritten Slot, weil falls dieser Dorfbewohner jetzt ein Mob wäre, drücke ich einfach die Taste F, weil damit kann man den Gegenstand in den Händen wechseln. Nimmt das Schwert und kann so zum Beispiel, wenn das Skelett auf euch schießt, blocken. Und wenn ihr den zum Beispiel getötet habt, machen wir natürlich jetzt nicht, ähm, dann switcht ihr wieder auf den dritten Slot zu den Fackeln. Drückt F zur Spitzhacke und dann könnt ihr weiter, äh, erkunden. So, dann, wir töten einmal kurz dieses Schwein hier. Oha, hochprofessionell. So, und zwar nehmen wir uns jetzt hier die Fackeln, äh, die Pickel. Und ja, ich weiß nicht, ähm, ob man das auf der Aufnahme gut sieht, weil auf YouTube hat man immer so eine Kackqualität in den Höhlen. Deswegen werde ich extrem gut für euch ausleuchten. Und, ja, gut, soviel erstmal dazu. Ähm, ja, letzte Folge ist ja auch einiges wieder passiert. Ähm, nur Minecraft ist halt sehr schwer auch zu let's playen und vor allem im Rahmen noch zu halten. Oha, ein Zombie höre ich wieder. Am Ende wird es wieder so ein Vorhineufdruck. Oha, bestes Beispiel. So, genau. Ihr wartet immer ab, bis der Mob die Pfeile abgeschossen hat. Und dann könnt ihr die ganz easy abstielen. So. Jetzt müssen wir alles mitnehmen. Eisen, Kohle, wir brauchen alles. Wirklich, wir brauchen alles. Ich hab, ähm, 60 FPS in Minecraft. In, äh, Rainbow hab ich durchgehend über 100 FPS. Ähm, aber in Minecraft ist das Lustige. Ähm, dadurch, dass ich mit diesem Extreme Shader spiele, ähm, kommt meine Grafikkarte auch am meisten zum Schwitzen. Ähm, ja, anders als in Rainbow oder Deadside oder GTA. Vor allem GTA ist halt einfach nichts. So, im Vergleich zu dem. Das heißt, hier unten ist noch nichts. Ich kenn den Mindshifter ziemlich. Auswendig würde ich jetzt nicht behaupten. Der hält auch gegen Zombies. Aber so ist es ganz chillig. Ähm, ja. Mal gucken, wo das hier lang ging. Genau, hier war eine Sackgasse. Und generell bei der... Äh, nein. Ich möchte mal essen. Please. Da schon. Ach Gott, es ist mir hier langsam. Ich hab selber nicht mehr was gesehen. Ah, gut, hier ist Eis. Deswegen immer schön erkunden und ausleuchten. Weil viele würden jetzt sagen, Nimm doch den Zeus Shader, damit bist du viel besser. Äh, Leute. Leute. Ihr habt die allerwichtigste der wichtigen Fackelregeln dabei vergessen. Und zwar place die Fackeln immer, aber auch wirklich immer rechts. Niemals irgendwie so, irgendwie sowas, sondern immer rechts. Ähm, der Grund ist ganz einfach. Und zwar seht ihr das, wenn wir jetzt hier laufen, sehen wir, die Fackeln sind alle links von außen. Und da geht es ja wieder zurück. Das heißt, ich sehe jetzt, die Fackeln sind rechts an der Wand. Das heißt, da geht es gerade aus. Das habe ich schon erkundet. Die Fackeln sind links an der Wand. Okay, da geht es zurück. Genau. Da... Da gibt es auch gleich Diamanten hier unten. Äh, mag auch gleich gesagt. Äh, genau. Aber wir gehen erst mal. Äh, hier lang. So, dann, ähm, die Dekor-Tricks, sage ich mal, die ich euch jetzt hier zeige. Äh, die werden auch sehr gut im Dekor-Bereich angewendet. Und zwar, wenn wir das jetzt hier abbauen, fließt das Wasser, also es fließt noch, aber es kann nicht zu euch fließen. So, das heißt, wir placen jetzt hier mal ein paar Fackeln. So, und am besten... So, und am besten... Hier ist auch eine Minecart mit Melonensamen. Hier einfach Doppelklick, wie ich es gesagt habe. Ähm, ja, mit gedrückter Shift-Taste und der linken Maustaste könnt ihr euch das direkt ins Inventar ziehen. Hier auch wieder ein paar Fackeln. So, die Schienen könnte ich eigentlich liegen lassen, aber ich nehme sie jetzt einfach mal mit, wenn ich Bock drauf hab. So, ich glaube, hier ging es nicht lang, sondern, was haben wir denn von da, ne? Gut. Das heißt, jetzt geht es rechts lang. Genau, hier runter. Perfekt, wir sind schon mal richtig. Wenn ihr die Fackeln auch, by the way, nicht rechts an die Wand setzen könnt und zum Beispiel hier ein Licht braucht, dann setzt ihr die einfach auf den Boden. Ist besser. So, das heißt, jetzt nehmen wir uns mal hier das Eisen und die Kohle mit. Bei so einer Kohleader, wenn du die abgebaut hast, dann hast du erst mal einen Stack wieder. Ich weiß, ich weiß, Leute, Kohle abbauen ist echt nicht schön. Also, es ist halt verdammt, äh, verdammt aufwendig, aber traut mir, macht's einfach. So, das ist auch noch ganz wichtig. Zu viel Eisen und Blut. Ja, das, 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 das kann ich nur bestätigen. Ähm, ja, normalerweise würde ich jetzt mit meinem, äh, normalen Enderman Skin spielen, ähm, den ich vor sieben, oder ich glaube acht Jahren, äh, entwickelt. Also, selber designt, ähm, habe ich über das Programm Skinseed gemacht, äh, Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Hm, ansonsten, ja, falls ihr die allererste Minecraft-Folge noch nicht gesehen habt, ich weiß, bester Zeitpunkt im Video, dann könnt ihr jetzt hier oben, äh, rechts in der Infokarte klicken, da habe ich euch die erste Folge auf jeden Fall nochmal verlinkt. Genau, so. Das heißt, zack, 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 zack und zack. Oh, hier ist Gold. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt hier lang geht. Oh. Sorry, ihr seht kurz nichts, äh. Ich dachte mir ja heute mal wieder so, ja, nimmst du mal wieder gemütlich Minecraft auf, passt doch schon. Und ja, oh, wir haben es direkt gefunden. Easy. Aber wir müssen jetzt erstmal noch dieses Gold hier mitnehmen, das hier in der Wand hing, sonst vergesse ich das noch. Oh, 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 nur mit Eisenabbaubar, nicht dumm Kopf. Das passiert, wenn man mehrere parallele Minecraft-Welten spielt, dann ist es schon Full-Eye-Res, naja, egal. Das heißt, wir placen da nochmal eine Fackel, dass da keine Monster spawnen können. Ich weiß, ich weiß, es kommen die Minecraft-Experten wieder in, ja, aber das muss da wieder so viele Blöcke sein und, äh, dieser Lichtverhältnisse haben und, ja, geht euch einfach vergraben, Spaß. Aber, wir gehen gleich darunter. Ähm, zuerst erholen wir uns nämlich hier das wunderschöne Gold ab. Ähm, ja. Generell könnt ihr den Seed einfach, äh, auch in der Videobeschreibung finden. Da verlinke ich euch das Ganze nochmal. Und ja. Hier beginnt halt so ein riesiges Höhlen-System, das ist gigantisch. Und das finde ich halt echt schön bei dem Seed hier, dass ihr an der Stelle zum Beispiel eines der größten Höhlen, äh, zumindest noch in der 1.13, äh, finden könnt. Also, das ist wirklich gigantisch groß. Ich meine, schaut euch das mal an. Das ist doch riesig. Jetzt nochmal. Immer gut drauf achten, dass ihr auch noch was seht. Generell nutze ich fürs Minen nicht so gern den, äh, fast, hätte ich es falsch gemacht, den... Ich glaube, ich habe ein Skelett gehört, aber... Ich glaube, ja, es war ein Skelett, aber ich habe es gerade nicht gefunden, so. So, generell Gold braucht ihr nicht für Werkzeuge, ganz wichtig, sondern ihr braucht es für, ähm, anderen Stuffie-Buhren oder Golden Apples, beziehungsweise Gappels, wie es ja auch immer die Minecraft-Profis, äh, äh, immer wieder sagen. Natürlich bin ich auch so ein, äh, wunderschöner, gut aussehender, richtig guter Minecraft-Profi. Ähm, 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 und ja. Nur, by the way, ich weiß jetzt, wo ein Spot ist, wo garantiert nach 10 Blöcken Dias kommt, ne. Das weiß ich, und zwar ist es da und direkt. Und ja. Ich werde da auch gleich meine Zauerkünste natürlich spielen lassen. Ihr werdet das gleich erfahren. Ähm, by the way, äh, könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das Lesson-Play-Format von mir so findet. Ob ihr sagt, okay, der Schnitt ist gut. Ne, du sollst an, die Folgen wirklich uncut lassen, ohne irgendwas hinzugefügt, weggeschnitten, bla. Sondern, dass du es wirklich uncut lässt. Ähm, aber by the way noch, äh, bemerkt, ich hab auch letzte Folge, wo ich gecutt hab, das einzige Mal hier kurz einblenden. Und ich glaube, das war dann auch im Endeffekt mein Problem, so ein bisschen. Ja, ich wollte den Seed einfach nicht verlieren. Also, natürlich. Das war... Einen Moment, ich muss mich kurz konzentrieren beim Spitzhacken-Craften, ich weiß. Ähm. Ja, da, da hab ich einfach nur diese neun Blöcke weggecuttet, wo ich zum Bett gelaufen bin. Und das war's auch. Also, ich schneid da jetzt nicht irgendwie richtig geile Momente oder so weg. Äh, ich bin da schon, ich bin da schon ehrlich zu euch. Ja, stimmt. Schon einen sehr ehrlichen YouTuber habt ihr da. So, Redstone ist da auch. Wie viel, wie viel Eisen haben wir eigentlich aktuell? Äh, 54, das ist gar nicht mal so viel. Aber immer noch besser als nichts, ne? Das könnte es schlimmer sein, liebe Leute. Zack, zack, zack. Redstone ist auch gut zum Levelfahren. Zwar nicht so krass wie Quarz. Also, Quarz ist nochmal eine Stufe krasser. Aber Redstone kommt eh so viel raus. Das ist geisteskrank, wie viel da immer rauskommt. Aber gut. Äh, scheiße, wir haben uns keinen Eimer gemacht. Ja gut, dann, ähm, machen wir uns jetzt hier mal ne kleine Base auf. Dass wir auch, ähm, demnächst nur noch mit Eisen abbauen. Ähm, und nicht weil wir dieses Stein kack hier. Äh, äh. Als ob das die letzte Fackel war. Naja, egal. Ähm, so. Aber wir warten kurz. Es ist schon viel Eisen, das passt für uns. Wir brauchen ja nur 1, 2 und 3. Gut, dass wir hier in der Nähe auch ne Wasserquelle haben. Da drüben. Ähm, zack. Ne, zack. So, hab ich das, dem Wasser einmal eigentlich auf C gelegt. Der gehört auf X. Die Schiene gehört zum Submantaser. Dankeschön. Oh Gott. Oh Gott. Hatte ich das gerade gesehen? Richtiges Standbild hier. Okay, so, was heißt. Wir machen jetzt hier ein paar Fackeln hin. So, 7 Eisen. Dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt erstmal noch ne Work. Ja, genau, ich wollte mir gerade eine Kiste machen. Wir machen uns jetzt erstmal ne Work Bench. Genau. Ich glaube, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und sein Name ist John Cena. Oh mein Gott, ich hab Dias gefunden. Yeah. Okay, Spaß. Ich wusste natürlich, wo die Dias sind. Also, ich bin da jetzt auch kein krasser irgendwie Clickbaits, sonstiges. Ähm, äh, Typ, der euch jetzt irgendwie hier so, oh mein Gott, ich glaube in zehn Blöcken sind hier gleich Dias. Sechs Dias, äh, an der Zahl. Ja, weiter geht's da leider nicht, aber, ja. Ich sag mal so, ich hab die Map schon ein bisschen erkundet, um euch halt wirklich zu zeigen, okay. Ähm, wir machen da jetzt keine ewigen Mining-Vorgänge, aber es war halt nur ein kleines Präsent, sag ich mal, was ich aus der anderen Welt noch mitgenommen habe. Und ja. Dann leuchten wir hier mal wieder aus. Ich meine, wenn wir das ausgeleuchtet haben können, kann ich euch das gleich zeigen. Wow, ich platziere natürlich die Fackel genau da, wo ich den Block auch abbauen möchte. Ähm, zwar, gönnt euch das mal diese Größe. Gönnt euch das mal diese Größe. Wie heftig einfach. Also jetzt mal ohne Scheiß. Das ist richtig heftig. Wie groß das einfach ist. Gut, hier ist es nicht so richtig fett groß, aber hier dieses Loch gönnt es euch einfach. Na ja, egal. Ähm, gut. Dann würde ich sagen, ähm, das war's wieder mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Ähm, ja. Ja, und, äh, falls es euch gefallen hat, dann lasst natürlich wieder ein Däumchen nach oben da, denn ihr wisst, es ist natürlich ein Däumchen, ist ein Däumchen. Und, ja. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren, Glocke aktivieren, damit du wieder als erster benachrichtigt wirst. Falls ein neues Video von mir online kommt, natürlich. Und, in diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen, wunderschönen Abend. Und, äh, ciao. Outro